Schönen guten Tag, Ihr Condominio Lili, Wohnung Typ C in Lignano Pineta, weniger Schritte vom Strand entfernt. Wohn-Essimmer, mit Fernseher, Doppelschlafcouch, Kühlschrank mit Gefrierteil, Klimaanlage, Kochhecke, Doppelzimmer mit Safe, ein zweites Schlafzimmer mit Stockbett, Bad mit Dusche, Balkon mit Tisch und Stühle. Im Hof gemeinsamer Badplatz nach Verfügbarkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017